Michael Schumacher Michael Schumacher – Wann bricht seine Familie das Schweigen? Er ist regelrecht verschwunden. Sowohl ehemalige Freunde und Weggefährten als auch seine Fans haben Michael Schumacher seitdem 29. 20. Dezember 2013 nicht mehr zu Gesicht bekommen, nur wenige wissen, wie es ihm nach seinem folgenschweren Schienfall geht. Weder Ehefrau Corina, 48, noch seine Managerin Sabine Kehm, 52, geben darüber Auskunft. Wann bricht die Familie nur ihr Schweigen? Gibt endlich Auskunft über seinen aktuellen Gesundheitszustand? Einer, der Antworten auf genau diese Fragen fordert, ist Willi Weber, 75, der einst enge Freund der Familie klagt jetzt in der Münchner Zeitung TZ an. Ich finde es sehr schade, dass Michaels Fans nichts über seinen Gesundheitszustand erfahren, warum sagt man ihnen nicht einfach die Wahrheit? Wann bricht Schumis Familie ihr Schweigen? Über ein Jahr ist das letzte offizielle Start-Themen zu Schumis Gesundheitszustand jetzt her. Damals hatte der Anwalt der Familie klargestellt, er kann nicht laufen. Er reagierte damit auf Fehlinformation, die eine Zeitschrift weltweit verbreitet hatte. Seitdem wird geschwiegen mal wieder, mehr als Spekulationen gibt es nicht. Anfragen an Schumis-Managerin Sabine Kehm verlaufen ins Leere, immer wieder hört man. Kein Kommentar oder Michaels Gesundheit ist kein öffentliches Thema, und daher werden wir uns nicht weiter dazu äußern. Aussagen, die Willi Weber ganz und gar nicht nachvollziehen kann. Bereits im Januar dieses Jahres äußerte er sich kritisch über die Entscheidung der Familie, auch in Zukunft kein Wort mehr über Michael verlieren zu wollen. Ich bemängele seit einiger Zeit, dass die Familie Schumacher nicht die volle Wahrheit sagt. Aber ich beiße auf Granit, mein Rat wird nicht gehört, traurig fügte er hinzu, schade, dass Corinna mir nicht mehr vertraut.